so was macht was dann nochmal für den Effekt halt Ersäufungsschaden steht da steht Drowning drauf ja aber es ist praktisch Gift cool und jetzt Ersäufungsschaden ja achso ich dachte du wolltest das Obside machen gut dann mache ich den Kram Pio mach du ist das einfach nur das Mikrofon was so rauscht bei dir oder ist das momentan so ein der Rauschfaktor der einfach höher ist keine Ahnung macht wieder nichts hoch erblindet okay bist du richtig connected ja das Ding macht blind cool es wachsen immer noch keine Sojabohnen oder vielleicht schraubst du es eigentlich noch auf ne ne ja ich weiß was mit den Sojabohnen los ist die vertragen sich nicht mit dem Planeta hm ne die liefen noch die ganze Zeit die wachsen auch die werden abgebaut aber die gehen seit neuestem nicht mehr in dieses Barrel rein als ob die irgendwie von dem Quest Delivery System aufgehalten werden würden wenn das eigentlich ja nur irgendeinen Salat sammeln soll stirbst du da nicht dabei? ne das soll Slowness 3 machen also ich habe hier Slowness 3 auf E aber das hat neue Sekunden komisch oh Gott oder hast du da ne Ahnung Simon woran das fliegen könnte? mh absolut nicht ne ich meine schau mal nochmal schnell runter ich meine es lief die ganze Zeit meinst du die ganz unten oder? mh weil die ganz unten laufen eigentlich ziemlich gut Juggeräusche da so hm 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 wo bist du? Im wahrscheinlich hier oben das drinnen oder? Korby Hi ich meine hier oben ist das bisschen Sojabohnen das ist alles was wir haben Eigentlich läuft es kontinuierlich scheint auch abgebaut zu werden weil die alle hier nur bis 50 Grows haben, aber die gehen einfach nicht in dieses Burry hier rein. Also das Weizen funktioniert, das sieht man, das wächst stetig hier, aber Sojabohnen tun nichts mehr. Die stehen da alle rum und die müssen eigentlich hier in dieses Burry geleitet werden, was sie nicht tun. Und das Quest-Delivery-System ist da irgendwie auch stumm, aber das hat bestimmt seinen Grund, da zu stehen und keine Ahnung. Das hat seinen Grund, weil das hier den ganzen Salat einsammelt, aber... Das Quest-Delivery-System nimmt alle Items an. Simon, was? Du hast mit dem blöden Quest-Delivery-System, was du für den Salat hier hingepackt hast, automatisch so eine Art Void-Pipe für die Sojabohnen geschaffen. Äh, was? Weil das nämlich alles annimmt, was an der Leitung hängt. Mhm. Gut, also bist du schuld, dass ich die ganze Zeit diesen Sojabohnenmangel hab. Eigentlich sind's die Kohle schuld, ich mein, warum zieht das Ding dann die Sachen noch ein? Soll ich so eigentlich disconnecten. Also nehme ich jetzt die Dolly und nehme dieses Teil einfach da weg, wenn das geht mit der Dolly. Du kannst es auch einfach so wegnehmen, weil ich glaube, wir den Salat haben oder schon, oder? Nee, haben wir noch lang nicht. Okay. So, ich weiß übrigens... Ich muss es auch so abbauen, weil die Dolly nicht funktionieren. Ja, ich weiß übrigens, was er macht. Was? Er macht ein See. Ein See? Ein See. Cool. Hätte ich gerade eh mal eigentlich brauchen können, egal. Ach ja, und von Seed Oil braucht man 160 Eimer. Hab's gesehen, ja. Ja, da brauchen wir noch ein paar Seeds. Ich überlege gerade, ähm, wenn ich die Item-Duck-Reihe einfach was länger mache, sollten die da als letztes hingehen, ne? Hm, oder du kannst auch diese roten da nutzen. Diese roten Item-Pipes. Die sagen praktisch, hey, lauf da nur im äussersten Notfall lang. Ja, dann packe ich einfach das Quest-Library-System da unten an die eine rote Pipe, die da noch liegt. Ich habe kein Bock, was hier ist, um zu arbeiten jetzt. Auch wenn man das einfach umfärben kann, ich weiß, aber das ist mir zu doof. Okay, so, zu. Dann packe es einfach irgendwo hin, vielleicht. Musst du? Okay, ähm. Da hin? Nee. Ist unpraktisch. Dann machen wir es da hin. Ja. So, dann kann ich es wieder füllen. Jut. Was ist eigentlich gerade für ein Spell drin? Blood Orb. Schaden. Oh. Oh, Explosion. Oh, der hat hier... Der hat hier den Dreck irgendwie, glaube ich. Nee. Verändert. Nee, das waren nur die Partikel-Effekte. Jo. Aber das ist cool. Bam! Das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Mal gucken, ob man damit Mobs töten kann. Tu's nicht. Na, nur ein Schaf, ein Schaf noch. Ja, kann man. Sehr gut. Ich habe eine Waffe. Das ist schön. Das erinnert mich so ein kleinwillig an den ACP. Nein, überhaupt nicht. Also auch vom, ähm... Ich liebe Infaktor her. Ach komm, ich schreibe jetzt nicht gleich auf Stimmen, wenn das weitergeht. So schlimm? Ja, so schlimm. Was denn? Überall entweder Explosionen oder Donner, die ihr raufbeschwört. Ich habe gedacht, ihr wollt jetzt vielleicht irgendwas Sinnvolles machen, aber ich darf. Das ist etwas Sinnvolles, das ist Forschung. Das ist nicht Forschung, das ist rumalbern. Aber der nimmt was das schon, er schreibt sie auf. Das stimmt. So, halb teilweise. Also nein. Doch, anfangs schon. Also nein. Doch. Anfangs. Anfangs schon heißt automatisch jetzt nicht, also nein. Okay. Okay. Äh, danke. Hör auf mich immer irgendwo hin zu porten, meine Fresse. Hast du jetzt auch schon zum dritten Mal gemacht. Gut, äh, was haben wir denn so als nächste Quest? Bei den Bienen kann man bestimmt weitermachen, oder? Die Bienen habe ich noch gar nicht angenommen. Hä? Was? Die Bienenquests noch gar nicht angenommen. Industrial Upgrades, Production Heater. Das sieht recht leicht aus, ja, für dich. Äh, ach, genau. Also es geht so schön gut hin. Ich wollte mich hier um das Jetpack kümmern. Vorne als es in der Woche ist. Ja, bevor wir angefangen haben, Spaß zu haben. Mhm. Übrigens, Creeperperle ist Massenteleport. Falls man es nicht gemerkt hat. Ja, doch, habe ich mir schon gedacht. Hast du alle umteleportiert, oder wie? Ja. Magnesium-Dust. Ich lauf, also ich lauf von meiner Farm zum MI-System, um zurück zur Farm teleportiert zu werden. Verdient, ja, ja, ist gut. Oh, wir können damit Titanium machen. Yay. Cool. Brauchen wir bestimmt. Ganz dringend, ja. Ja, natürlich. So, dies, dies und jenes. Hast du Spaß? Hehe. Was macht er denn? Ich habe keine Ahnung. Das klang, als hätte er mich rumgewirbelt, mich vergiftet und was man sonst noch alles machen kann. Wahrscheinlich mit diesem blöden Bloodorb, oder? Ich will es gar nicht wissen. Nee, nee. Bloß mit der Faust. Ach. Ja. Blanke Faust. Ja, Goethes Faust. Ist recht ins Gesicht gezogen, ist recht nicht zu hoch. Na, was fehlt denn da noch? Öppala. Was wir vielleicht auch automatisieren sollten, ist richtiges Futter. Ja. Das ist ein Futter, was aber ein, also richtiges Futter im Sinne von... Fies. Fies? Fies. Fies. Genau. Der Nachhasekram. Das Ding, das sehr, sehr, sehr dickend ist. Da wusste zwei von Frist und die ganze Hungerball wieder voll ist. Achso, das, ähm... Also, Hearty Breakfast auf keinen Fall, das ist, ähm, ne Qual. Das habe ich schon mal ein paar Mal gemacht. Die Burger, die sind gar nicht so schwer. Die habe ich schon mal gemacht. Ich bin mal gut. Beklammte Quest schon wieder. Also, du meinst die Burger mit Fritten, oder? Genau. Und Smoothie. Nicht einfach. So, Let's Down Jetpack, lass mal schauen. Wollen wir wirklich die... Die Burger sind, ganz ehrlich, die Burger mögen zwar leicht sein, aber schau einfach mal, was du dafür alles brauchst. Dafür brauchen wir nochmal den ganzen Tofu, nochmal den ganzen Kram. Ich würde gerne erstmal die ganzen Quests beenden. Ja, okay, stimmt. Äh, was sollen wir davon nehmen? Brauchst du irgendwie Steam-Turbine, Ritz-Nutsluster oder so? Ja, überleg dich gerade, ob wir jetzt mit, ähm, Jetpacks arbeiten oder die Flugtränke. Flugtränke. Aber Steam-Turbine brauchen wir dann auch nicht, oder wie? Äh, eigentlich... Ich meine, ich... Ich nehme die Reward-Bag. So. So. Okay, dann nehme ich auch Reward. Das ist nochmal dieselbe an sich. Also zweimal Greater. Magnet. Nochmal Nature Gas. Nochmal Gas Tears. Magnet Level 8. Ich packe den mir einfach... Ich hab schon einen, okay. Tausend heißt. Ich könnte sagen, ich packe den mir einfach in meine... In meine Dings-Tasche, aber da hab ich schon einen drin. Ein Zweig-Sold. Und... Und... Bacon-Jerky. Bacon-Jerky? Ich liebe Bacon. Ich glaube, ich hatte Fish-Jerky letztens mal. Das ist einfach komisch. Okay. So, dann halt mal das dann mach ich bei den Bienen weiter. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich weiß, was ist es im Turban? Das ist eigentlich relativ einfach zu machen. Ich weiß, ich hatte keine Lust dazu. Ach so. Ach komm. Schon irgendwie nervig. Na leicht. Teleportiere hier. Ich überleg grad, soll ich das Glas einfach schon mal abgeben, was wir da haben? Glas? Ach so, hier das normale Glas. Ja, kannst du. Beziehungsweise... Da haben wir schon genug Clear-Glas. Clear-Glas noch nicht, aber das normale schon. Okay. Nebenbei, genau wie, ähm... Dings, ähm... Hier... Dings, ähm... Seed-Oil. Mhm. Für 26% jetzt erst. Alles, was wir haben? Mhm. Boah. Also hier auch wieder die Reward-Bag beim Steam-Room. Äh... Kratz, Stimme, Kratz. Ja, es tut mir leid. Aber eigentlich nicht, nein. Was, nur ein halbes Herz, wie langweilig. Ja, gut, sind halt diese Ursprungs-Anfangs-Quests. 64k Fluid-Storage. Yay. Komm, wir können bald die ganzen Nähte einfach in unser Teil reinpumpen, und das ist uns scheißegal. Hm. Ich sag's euch. Ganz, ganz viele Setzlinge. Wir brauchen bald eine solche Drive. Wo war denn das jetzt, die Quest? Ach, Steel Powered Flight, ne? Per-Nord-Pyro. Okay, whatever. Wiederkram. Sam Blanks. Seed. Jawohl. Wollt ihr auch in beiden halben Herzen da nochmal zusammenpacken und die hier schön fusionieren? Ja, fusionieren wir unsere Herzen. Seid ihr ein Herz und... Ne, seid ihr eigentlich nur ein Herz. Wir haben keine Seele, danke. Eben. Aber vor allem du nicht. Untergefallen, ja, ja. Dein Herz ist runtergefallen. Die haben vor die Füße. Nur die eine Hälfte. Ja. Wo ist die andere? Ist bei mir. Jetzt bist du herbstlos. Gleich bist du weg. Was? Nichts, nichts. Alles in beste Ordnung. Nö. Einfach weghüpfen. Wenn du willst, dann macht man das so. Perfekt. Jetzt stehe ich hier im Mobsbereich und komme hier nicht weg. Ich komme schon runter. Und für dich fürs Mist einfach sein. Ich bin froh, dass hier nicht irgendwie 12 Millionen Mobs waren. Hm. Man, gar keins aus irgendeinem Grund. Weg mit dem Torch. Oh, okay. Okay. Klingt logisch. Kann nicht stimmen. Äh. Steel Power Flight haben wir jetzt auch wieder vollkommen. Die was haben wir komplett? Achso, ja. Steel Power Flight, ja. Wir haben halt echt keinen Sand mehr, ey. Also wir haben 32 Sand, wenn du unbedingt brauchst in der, in der, in der, in der Sludge-Outcome-Kiste, aber... Ne, ich glaube, das geht schon. Also 32 ist jetzt nicht ganz so, ne? Und ich meine, der Sand wird halt direkt in Clear Glass umgewandelt, ne? Für Quests. So, für Pasta brauche ich Teig und Butter, für Teig brauche ich Salz, das habe ich genug. Ach ja, was? Wasser habe ich auch genug. Und Mehl. Was mir jetzt einfällt, brauchst du Quicksilver-Drops? Äh, davon haben wir so unglaublich viele, da brauche ich nicht mehr unbedingt welche von. Warum? Weil ich sie dann jetzt in eine Anomalie stecken würde. Warum? Um eine Anomalie zu machen. Jo, äh, Bienenquist fertig. Yay, Modest, die schmeiß ich gleich einfach mal über Bord. Nein. Doch. Die könnte supergeile Gene haben. Okay, schmeiß sie weg. Okay. Ich meine, die ist immerhin trotzdem nur Modest, also. Übrigens, ich glaube, ich habe wieder so eine Explosions-Fishing-Grod. Und einen Stack Redstone. Weißt du was? Ich habe einen Stack Redstone. Und du sollst ihn in die See schmeißen. Mir hat nie geklappt, nie geklappt bis jetzt. Vielleicht. Jetzt kommt Tree Breeding. Ah doch, ich habe einen Fisch gekriegt. Was denn für einen, normalen, oder? Ja, normal. Irgendwann ist dir für schlagweilig. Sushi! Nur weg ist der Fisch. Mit Gräten und Schuppen und allem. Jo. Und wechseln die Vergiftung. Ich bin Schleim. Ich kann das einfach nicht reindrücken und das dann löst ich einfach mal auf. Zu viel Information. Äh, so rum. Ja. Bauen wir mal das nächste gleich. So, was habe ich noch so schönes zu machen? Also Fragen kommen anscheinend wirklich nicht mehr. Schade eigentlich. Nein, ich brauche Silke. Silke Wisps. Super. Tja, ich finde es interessant. Silke Wisps, ähm. Warum brauchst du die? Für die Quest. Weil ich brauche Thief Upgrades. Jetzt kommt 3 Breeding Quests. Ja, das wird doof, ne? Aber viel Spaß. Hast du vorhin eigentlich schon mal die Vanilla Lover Breeding Rides abgegeben? Hm. Hm. Okay, ich noch nicht. Vanilla Lover Breeding Rides. Auch davon. Das heißt, ich brauche nochmal 1000 Weizen. Das heißt, ich klaue den Tieren noch mehr Weizen. Yay. Apropos Tiere, wollen wir nächste Zeit mal mit einer Autofarm anfangen? Ich will keine Autos. Automatisch meinte ich damit. Können wir machen. Ist das hier nicht praktisch eine Autofarm mit dem Breeder hier hinten oder mit dem, mit dem, ja. Gegenwisserweise, ja. Aber das ist halt, nee, das ist noch manuell. Die Tiere werden automatisch gefüttert und vermehren sie automatisch, aber du musst sie noch manuell sortieren und... Hat den Breeder gerade übrigens hier Stacks Weizen noch geklaut, ne? Der ist, glaube ich, sowieso aus. Wow. So, für meinen nächsten Trick brauche ich einen Chronotyper. Nimm dir einen Chronotyper am besten. So, ich hoffe, dass wir einen haben. Dann mach dir einen Chronotyper. Bin ich gerade bei. Ist ja nur lila Farbe und so ein Kram. Natürlich haben wir keine lila Farbe. Äh.